Ja, heilige meine Lieben, ich mach mal so Musik an, ähm, ja heilige meine Lieben, wir haben ein ziemliches Problem, ich mach jetzt eine Ankündigung, wir haben ein Problem, und zwar, ich weiß, einige von euch schon gesehen haben, legen ein paar Projekte, gerade auf Eis, ich hab das nie passiert, äh, getan, äh, legen ein paar Projekte auf Eis, und zwar, gehst du erstmal weg, sollte ich mich nicht vergessen wieder auf, äh, beschäftigt zu stellen, ich volltrottel, Ähm, ja, jedenfalls, höchstel, liegen ein paar Projekte auf Eis, und das liegt daran, ich habe ja versucht, heute hochzuladen, ähm, das sieht man jetzt natürlich nicht unter meinen Videos, das letzte Video ist das hier, und gestern, ich bin jetzt am 29. das hier auf dem Wohnheim, und gerade mal wieder leckt, äh, Firefox, der Tutor ist irgendwie immer hier auf dem Computer, weil er die verdammten ganzen Videos hier laden will, warum auch immer, na gut, ich müsste, ähm, was, was gut, nehme ich auch meine Stimme auf, so, ich, äh, nehme meine Stimme auf, das ist gut so, und wir, äh, wir haben ja, das ist gut stehen, wir haben ja, ähm, wir haben Projekte auf Eis gelegt, einfach aus dem Grunde, wie gesagt, ich wollte heute was hochladen, wie immer, wie üblich, und habe festgestellt, dass meine externe Festplatte total, entweder ein Arsch ist, oder, äh, ja, eh, gesagt, total ein Arsch ist, weil, man kann nicht auf die, ähm, was mache ich eigentlich, man kann nicht auf die Ordner auf der Festplatte zugreifen, folgendes, ich stelle die folgendes vor, ihr versucht auf die Festplatte zuzugreifen, ihr seht auch die Hauptordner, die auf der Festplatte, 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 ja, entsprechend klären, Festplatte drauf sind, aber ihr könnt nicht in die Ordner, weil er nämlich meint, äh, die Festplatte müsste formatiert werden, und das will ich ja nicht, ne, ne, äh, und meldet dann, wenn man auf Nein gelegt, äh, ein CRC-Feder. Ich stelle mir das so, dass die Festplatte vollkommen Arsch ist, dass irgendetwas an der Platte selber, also, ja, du wüsst doch, wie die in der Festplatte aufgebaut ist, das will ich jetzt nicht hier erklären, ähm, dass die Festplatte halt im Arsch ist, die Platte an sich, und, äh, man auf die Daten auch nicht mehr zugreifen kann. Das Problem ist aber, ähm, die Daten sind an sich noch drauf. Man kann die Daten zwar noch sehen, wie du mit rechts, die von Eigenschaften auf die Festplatte sieht man ja, diesen schönen, wunderschönen Kreis, ich demonstriere das erstmal hier, so das, äh, die ganzen Icons könnt ihr mal hier ignorieren, bitte, das ist gut. Ähm, hier sieht man ja diesen Kreis, und man sieht auch, dass die Festplatte belegt ist, mit belegstem Speicher, aber, kriegt man das zum Beispiel auf einen Ordner, äh, wird hier nicht die Größe angezeigt, sondern 0 MB, 0 Kilobyte, gar nichts drin anscheinend, aber es ist auf die Festplatte drauf. Hier ist es aber, ähm, wir haben schon, also meine Mutter und Bruno und was weiß ich, alles noch, haben wir auch versucht, verschiedene Sachen probiert, aber, äh, die kriegen dann Zukunft auf die Festplatte. Das heißt, diese Projekte hier sind erstmal auf Eis gelegt, irgendwann mal, wenn ich mal wieder so weit gespielt habe, äh, werde ich auch wieder aufnehmen, wie die Auflagen sind, und wir sehen werden, ob ich bis dahin spiele jetzt, wo ich hochgeladen habe, oder aufgenommen habe, das weiß ich noch nicht, weil ich bis dahin, bläh, bis dahin werde ich noch nicht mal, wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, wie weit ich war, von daher, abgesehen davon, habe ich ja eh schon einige Projekte abgeschlossen, die, ich weiß nicht, falls das gar nicht, die, 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 die. Und daher sind es eigentlich nur zwei, ähm, drei, wie viele Projekte habe ich auf Eis gelegt, drei Projekte, die hochgeladen sind, es sind noch etliche andere, die ich noch gar nicht mehr hochgeladen habe, die ich aber hätte gerne halt hochgeladen, aber geht halt jetzt nicht. Ich werde, äh, gucken, ob ich heute noch, heute Sonntag, äh, drei viertel hier sind wir noch ein paar aufnahmen machen wenn ich mal sehen muss ich eigentlich gar nicht mehr bei einer anstunde für die kunde schon jetzt hier rein wer eine gewissen entsteht noch mal an eine kündigung dass ich als in wohnheim bin seit dem ersten neunten und daher will ich das nicht mal weiter ausschweifen falls mir irgendjemand mehr wissen will oder sowas kann mich ja kontaktieren was gar nicht mehr drin unterstützt und ja habe ich ja gelöscht ich auch nicht weiter erläutern wie es so und hier sind wir noch mal politischen wie gesagt es werden neue projekte kommen ob ich da halt noch mal aufnehmen werden oder abbrechen werde weiß ich noch nicht ganz das hat mir sehen ich heute gar nicht 80 schon weiter und mal kraft wieder spielen mein kraftwerter die vier wurden eine neue welt im wohnheim machen und da spielen wir werden sehen auf jeden fall wisst ihr jetzt auch nicht bescheid wenn ihr noch fragen habt und ihr gerne mal nachfragen wir sehen uns dann im nächsten let's play in einem neuen projekt auf wiedersehen